Sie meinten, sie seien die Wildesten, die Leutesten, die Geilsten. Dabei waren sie nur ein paar Idioten, die meinten, sie können die Welt verändern. Heute, 20 Jahre später, sind sie die ungekrönten Könige des Kerbplatzes Schwandensagi. Uri Stier, die beste Mundart-Punkband von allen Zeiten. Wild, laut, geil. Rothorn Records und Subversive Records präsentieren eine DVD mit 29 unglaublichen Hits aus 20 Jahren Bandgeschichte. Mehr als 2 Stunden einzigartige Livemusik von Uri Stier. Dazu gibt es als Bonus Videoaufnahmen, die man so noch nie hat gesehen. Es kommt vor mehr und mehr. Wir haben die Ferien, was willst du schon mehr? Was kann ich schon mehr? Gehe jetzt auf www.wemakehit.ch und unterstütze das aussergewöhnliche Filmprojekt. Bereits ab 10 Fr. profitierst du von einer einmaligen Belohnung. uh oh 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 Nase grümlen, Nase grümlen, oh 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 Uri Stier, vom Kehrplatz with Love. Die einmalige DVD über 20 Jahre Bandgeschichte. Der einzigartige Aufstieg von blutjungen Anfängern zur Weltspitze. Vom Kehrplatz schwamm das Sagi bis Du, ja gar bis Bärl. Uri Stier, die beste Toiletcore-Band der Welt. Ich profitiere jetzt von der einzigartigen Belohnung auf www.wemakeit.ch und unterstütze unser Filmprojekt. Moin! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Breaking the law, breaking the law